Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir spielt der? Ähm, Montreux? Genau! So, wir haben eine Story-Mission. Ich weiß gar nicht, wie die Story-Mission hieß. Ähm, wir müssen... Gab's da ein Video zu? Das Resort! Keine Ahnung, ne, nicht, dass ich wüsste. Wir müssen den Parkplatz des Resorts erreichen. Wir wollen auf jeden Fall seine Pillarplatz machen, so viel weiß ich. Aber verschonen sie die Gäste. Ich hab's einfach mal angeklickt. Ja, ich hab mal bestätigt. Volle Rockstar-Kram. Keine Ahnung. Hier, Golf! Wo ist das Loch? Da vorne ist auf jeden Fall ein Golf-Spieler. Echt? Oder mehrere Golf-Spieler. War ein Warnschuss. Ich mag kein Golf! Ja, guck mal, da spielt wirklich einer Golf! Ich hab ihm zwischen die Beine geschossen, das fand er lustig. Du hast ihn getötet! Der Caddy! Das war der Caddy! Wie soll denn der arme Golf-Spieler jetzt Golf spielen ohne Caddy? Golf ist ein gefährlicher Sport! Das konnte ich ihm nicht zumuten, hier ganz alleine zu spielen. Ohne Caddy seinen Schläger zurücktragen, das schafft er auch nicht, ne? Das ist zu gefährlich. Oh, hier, guck mal, schöne Brücke. Ja. Oh, guck mal, schöne Gegner. Da kommt er drauf. Wir machen jetzt hier Rockstar einfach straight durch hier. Wird hier einfach der Platz bewacht, ey. Ja, vor bösen Golf-Spielern. Also wir hätten jetzt hier im Gebäude, hätten wir noch Informationen, falls wir die sammeln wollen. Ja, wir sammeln hier alles. Ja, dann müssen wir hier nochmal ins Gebäude. Dann macht jemand Disco mit einer Person, die da so rumsteht und, naja. Der eine gerade so, hey, you, und der andere trinkt einfach, naja. Der Tango ist hin. Ups, das war ein Zivilist. Da lagen gerade aber mehr als nur ein Zivilist links. Nein, das war nur einer. Das andere war ein böser Bube. Geht ja weg, ey. Genau, Silencio. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Wir haben uns nicht mehr in den Ausrüstungskisten. Ich habe mich nicht mehr in den Ausrüstungskisten. So, haben wir geklärt. Ja. Informationen habe ich auch schon. Nur sehr gut, ne. Komm hier raus, würde ich sagen. Hier unterwegs waren noch Waffenteile, die waren auf der anderen Seite von der Straße. Gut, gut. Abschluss bestätigt. Kommt man hier hoch? Nein. Wolfsspieler voraus. Ey, guck dir noch einmal mich an, dann knall ich dich weg. Hm, hier unten. Ja, bei dem, äh, Hollywood Schild. Ah, siehste, hast du jetzt doch mal gesehen. Somit ich geradewegs vorbeigeflogen und der Monster saß nicht. So, für so'n Golfball, das war auch ganz schön nett. Ja, war nicht so schlecht, ne. Die Golfplätze, die ich mal gesehen habe, die hatten sowas nicht. Wieso kann man hier nicht runterhüpfen? Oh, das stimmt. Das geht nicht. Oh, oh. Ich werd irgendwo gesehen, jetzt nicht mehr. Tango getroffen. Warum? Wo war der andere? Der stand hier vorne unten. Bast syllabi? Dass keiner der Leute sich hier irgendwie rumschreit oder wunders legt. Ja, ne. O, naa, da laufen welche rum, die ballern nun nicht. Guck mal hier, die tanzen sogar. Ja! Ich will auch tanzen. Das, die Waffenthal, den dam- Das ist das Waffenteil. Chica, chica. Das wollte ich schon immer. Was? Du bist schwanger? Abtreibung Hardcore. Oh mein Gott, ey. Oh Mann. Ist vom Tan zu schwanger geworden. Deine Männlichkeit hat sie im Tanzen. Ja. Ich verstehe. Aber du sparsst. Sowas macht man natürlich überhaupt nicht. Na nein. Nein. Der ist zu cool, genau. Tango ist tot. Den wollte ich auch gerade erschießen, der sah zu cool aus. Was ist denn noch? Ach da. Dass die ganzen Bösewichte oben ohne rumlaufen müssen. Ja, das ist einfach zu erkennen, ne? Ja. Wenn ihr ein T-Shirt an hinten müsst, würde ich denken, es sind Zivilist. Haben doch was gehört. Echt? Ne, okay. Hier ist hier. Position verteidigen. Okay. Na ja, erstmal aufräumen hier, wa? Tatsache, kommst. Position halten. Sorgen wir dafür, dass sich die VIPs ordentlich einscheißen. Tango getroffen. Was ist das, wenn du wirst? Wir sind mit der Scheibe mit allem. Wir werden die Menschen, die sie senden. Sparen! Fahrer ist tot. Ne, Fahrer war nicht tot. Verdammt. Verdammt. Oh Mann, jetzt wollte ich gerade in Deckung laufen. Hier sind ganz viele, Spanier. Hinter dir oder was? Ja, da, da, wo ich fliege. Direkt nach. Ballern auf mich. Scheiße. Ich musste gerade in Deckung gehen und es war natürlich die falsche Richtung. Deckung. Okay, jetzt müssen wir am wenigsten was da tun müssen. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Von der Straße und von hinten quasi. In Deckung gehen, ja. Gehen sie in Deckung, bevor sie im Kampf eröffnen, um nicht getroffen zu werden. Tipp 29. Toller Tipp. Ach du Scheiße. Oh, wir den ganzen Weg hinlaufen? Ja, aber so weit ist es nicht. Und wir haben die ganzen Sachen gesandelt. Vielleicht sollten wir auch mal mehr Granaten benutzen. Joa. Utaminen oder so ein Scheiß. Äh, hier links ist eine Radarstation. Da sind auch gleich zwei Leute. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Kann man das in die Luft jagen irgendwie noch? Oh, man kann es deaktivieren. Hm, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht gibt es dann keine Verstärkung oder so. Ich sehe eine kleine Gruppe zeigen da. Ein bisschen Parcours. Ein bisschen ist gut. Oh, hier ist ein Helikopter mit Samtwaffen. Aber man trifft so schlecht damit. Ja. Bin ich auch. Ziel eliminiert. Dann kümmere ich mich um die, äh, hier den Eingangsbereich und du hinten oder was? Ich räume jetzt gerade hier hinten noch auf. Die ganzen Zivilisten holen gerade ab. Sieht aus, als wären wir richtig. Wir ballern hier rum, nur um die VIPs zu erschrecken und Casita herzulocken. Einen Orden kriegt er dafür nicht. Er schießt nur keine Zivilisten. Achtung, die Flanken. Meinst du nicht, wir haben die VIPs inzwischen überzeugt? Nur noch ein bisschen. Tango getroffen. Hm, auf jeden Fall schon mal besser. Ziele eliminiert. Haben die anderen das Auto. Ups, das war ein Zivilist. Abschuss bestätigt. Alter, wo kommt die denn auf einmal her? Na, von hinten wahrscheinlich, ne? Das hintere Fahrzeug, nicht das vordere. Die Weile ist nicht so weit gefroren. Das sieht doch gut gut aus. Wer schiebt? Oh, Helikopter. Ich seh nicht, von wo? Hinten oder was? Ja. Jetzt kommt mein Dosenöffner. Jeeha! Ja, genau. Von hinten. Also, plötzlich von hinten, weißt du. Die ganze Zeit ist nix. Und dann zack. Und dann. So. Einsatz abgeschlossen. Ging ja doch. Wollen wir noch schnell zum nächsten. Joa. Hier so quasi in der Nähe ist ja einer. Aber hier ist noch ein Fertigkeitspunkt. Genau, Fertigkeitspunkt. Und dann nochmal Munition brauche ich. Ja. Der Barkeeper hat einfach das Ding da in der Hand. Fertigkeitspunkt? Mhm. Und dann können wir uns den Helikopter schnappen. Yeah, drei Fertigkeitspunkte. Wo war denn der Helikopter hier irgendwo? Ach da. Hier hinten in der Ecke. Zerstören Sie Spielautomaten und die Spieltische. Uh, das klingt gut. Das klingt nach Spaß. Willst du oder soll ich? Ach, mach du. Ich flieg das Ding. Genau, du fliegst das Ding. Jetzt, wo ich gerade von oben gucke, wir waren ja umzingelt von Gegnern eigentlich, ne? Echt, ja? Ja, ja, da waren überall gerade Punkte, wo wir gerade rüber geflogen sind. Aber na ja. Ist hier ein Strand? Da müssen wir wahrscheinlich rein, ne? Ja. Da können wir hier am Strand halten. Go, 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 go! Ich will gerade zeigen, halt. Hier ist aber ganz schön was los. Ach, der eine war jetzt ein Zivilist, oder was? Ja, meiner auch. Aufs Auto. Oh. bemüht. Granatel, wo ist das, motherfucker? scores. Scharfschütze auf dem Wald. Typ mal Strand. Okay, Scharfschütze ist down. Okay, ich geh rein. Ah, ich komm mal, komm mal, komm mal. Nicht, dass du den ganzen Spaß ohne mich hast. Dann geh ich hoch. Oh, der lebt doch. Ich weiß nicht, ob wir hoch müssen. Ich schmeiß erstmal hier ne Granate in den Raum. Ich auch. Das sind ja alles dieselben Automaten, wie langweilig. Da unten sind noch Tische. Oh, hier kommt... Ich hab nen Haupt- und Jackpot hier. BWAP sind geflohen. Das Gebäude liegt in Trümmern. Dem Pionier kommt nur befindet unser Angebot. Das erregt mit Sicherheit Casitas Aufmerksamkeit. Hier oben lag noch nen Orden oder so nen Scheiß. Ja, ich komme. Ah, Fähigkeitspunkte waren's. Das die Leute hier einfach sich auf den Boden legen. Gut. Ich würde wegrennen. Oh, ich hab ein Auto. Das war ne einfache Mission. Ich weiß nicht, haben wir noch was oder lieber mal Feierabend? Nee. Haben wir das 16 Minuten? Wir können hier noch richtig loslegen. Ja, dann lass uns hier noch auf die Insel fahren. Hm? Auf die Insel? Ach da, mit Waffenteil. Da können wir noch... genau. Hm? Ja, vorne fährt ein Konvoi gerade. Fahr mal hin. Ach so, ist der mit Gatlingern und so. Scheiße. Ach du bist da mit dabei. Wunderbar. Den hab ich aber schon ausgeschaltet, den Gatlingern, Mann. Ich hab gar nichts vergessen, dass du bei mir bist. Die Treppen nicht. Super. Machst du gut. Weiter so. Nicht den auch ran? Sehr gut. Sehr gut, ey. Äh, ja. Ich muss was sagen. Fuck! Ihr macht meinen teuren Magen kaputt. Er ist ausgestiegen. Granate. Granate ist raus. Oh, verdammt. Ich hab's mit dem Auto. Ich hab's mit dem Auto. Ich hab's mit dem Auto. Ah, ich muss nachladen. Hinter dir am Auto. Hinter dir am Auto. Hinter dir. Da, mach hinter dir. Genau, hinter dem Auto. Aber von dem wurde es nicht gekillt. Am LKW ist direkt einer. Von dem wurde es nicht gekillt. Ne, ich wurde von dem hinter, hinterm Auto. Hallo. Ich bin schwörend, der andere war's. Aber ist egal. Du lebst wieder. Sehr gut. Und wir haben's geschafft. Mein Wagen ist kaputt. Verschwinden wir. Die Rebellen können sich jetzt ihre Funkausrüstung holen. Ach, der geht doch noch. Hier, der andere. Der, 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 der funktioniert hier noch. Gut, der geht denn dran. Sind zwar ein paar Leichen drin, aber hey. Erstmal die Leiche raus, dann nicht rein. Haben wir noch irgendwas in der Nähe hier? Ähm, Klau markiert. Gibt's hier kein Licht? Ups, nee. L war's nicht. Ah, ich will da raus. Abschuss bestätigt. Wie kann ich den Licht anmachen? Äh, L? Ne, L ist irgendein anderes Menü. F. Aber dann ist kaputt. Ja, ist gut möglich. Wir haben ganz schön drauf geschossen. Aber der geht eigentlich noch. Vielleicht sah der nur von der Frontkacke aus. Weil das Problem ist jetzt so quasi, ich sitze im hellen Raum und hab ein dunkles Spiel. Dann mach doch ein Nachtsicht an. Ah, das ist viel besser. Dank dir. Äh, kommen wir da durch? Ja, die machen die Tür auf. Ähm, 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 ähm. Ob wir hier richtig sind? Ja, aber wir müssen, glaube ich, das sind perfekt. Ich geh erstmal ins Haus rein hier. Bin ich. Ich hab erstmal den Fertigkeitspunkt genommen. Ja, hier ist irgendwie ein Jackpot, oder? Ne, ist ganz schön was los, ja. Ich hab hier einmal die Tür aktiviert, natürlich. Ne... 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 Das ist... nicht korrigiert, die Brüder sind von einem Stichensplattformlärm und Donner... Oh... Ne... ... ganz. Ne... Auf so ein Tausend Leute hier. Ne... 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 sag doch mal dass ich nachladen muss er naht doch mal nach hinter uns du blutest ja ja ich höre es auch verstehe euch nicht wer redet du hast den helikopter kaputt gemacht der explosion war so heftig wie bitte das denn da steht doch vor weiter unten im haus ist einer der kommt hoch ich weiß nicht ob ich ihn erwischt habe da waren wohl irgendwelche fässer oder so auf was ich gerade geschossen habe den habe ich erwischt die drohne hier ist irgendwo noch ein drohnenstörgerät ich kann nicht gucken war hier oben irgendwie fertigkeitspunkte oder so ne ne doch wurde dann kann ganz oben ja von vorn von welcher haben wir unten kommen auch wieder neue aber ich bin hier in diesem raum fertig mit dem gebäude meine ich hier ist noch ein buffenteilchen irgendwo hier unten ach hast du schon? ok komm ich auch wieder hin hier ist deine waffenkiste sturmgewehr scheiße ich dachte ich komm von hinten noch rein ja ne du musst hier unten ja ne du musst hier unten der tango ist hin kann ich gebrauchen kurz dann noch mal gucken ob hier noch ein zeug liegt ne ja das ist ja riesig hier ne mhm da oben irgendwie da oben irgendwie kommt man denn da hoch ich hab ja auch mit meiner begrüßungsgatlin drauf geschossen netterweise hatten sie ihn angemacht ah hier ist noch ein radar ich hab ja ein bisschen frieden verteilt mit meiner gatelyn dachten die sich wahrscheinlich auch guck mal mit netten menschen da machen wir mal auf ein hauch von frieden wie ging das lied nochmal ein bisschen frieden ein bisschen durchfall ich weiß es nicht mehr es ist lang lang her ist doch nicole gesungen nicole und recht durchfall die jungen leute werden das gar nicht mehr kennen anständig durchfall alter was findest du denn hier für zeug ey ich find hier gar nix ja ich hab halt ein gespür dafür boah aber dann sind wir auch so quasi ne durch oder und hier ist gleich ein neues gefahrzeug mit gatelyn dann ah na gut das ist besser ach da ist schon eins so was können wir denn noch machen hier und es regnet ja Regen ist ja Regen halt sag was was machen wir äh ich hab grad die Video ne ist egal ah ich hab auf Video geklickt ich hab das schon gesehen wir wollen das nicht sehen Javier Coronel Valliardo ist zu lang also wir könnten wenn wir ein Boot gehen auch auf so ne kleine Insel da abhängen ja auch mal abhängen das ist auch sogar noch ein Nebemailaufstrag sein größter Erfolg so warte mal ich musste gerade da wurde mir ein Video angezeigt ich fuhre wieder zurück auf die Karte wo wolltest du hin? hast du noch markiert? mit dem Boot auf Insel mit Boot auf Insel mit Boot auf Insel aber ich hab... achso ähm fahren wir ins Wasser oh ich hab doch einen schönen Gärten in der mit Boot aber ich glaub Boot hat auch Waffe ich hab ein Boot ich hab ein Boot Boot gebaut ja hast du eins mit Waffe oder? weiß ich nicht ob hier... ne ist auch nicht mit Waffe ne? ne dann fahren wir mal ach et ist so schön es Wetter ich hab das ja so gern das Boot läuft voll das ist die falsche Insel ach so... oh ja das ist die hintere rückwärtsgang 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 hier gibt es keine Gegner ach du bist schon auf der Insel? ach so ne ich bin auch auf der falschen Insel dann warte mal halt dich auch und dann komm ich mit ne ne bringt ja nix falsche Insel ach mal fahren mein Boot ist hin na soll ich dich mitnehmen? ähm ne vorne ist ein neues Boot na ok ich dachte wir wären so schnell aber wo haben wir wohl dann doch nicht ich hab Goyo entdeckt ich hab Goyo entdeckt das sind ganz viele Leute sind da Gegner? ja ein bisschen Scharfschützen hab ich schonmal getötet da ist ein Luftabwehrsystem Luftabwehrsystem wurde entdeckt ich komm mir irgendwie nicht klar Fahrer Fahrer aber das hab ich nicht viele Leute entdeckt ach da bist du? jo immer professionell hier an den Sniper Turm ich erkenne eine kleine Gruppe ich erkenne eine kleine Gruppe sein da ich hab noch ein Tango ich hab noch ein Tango das war hier ne? Scheiße der hat mich nicht gesehen jetzt wissen sie dass wir da sind kann ich hier nen Sprengsatz ranpacken an dem Teil hier? oh Granate fliegt mm so jetzt wissen sie dass wir da sind naja der einzige der noch lebt ähh lebt jetzt auch nicht mehr Das ist ein Dokument, hast du gesehen, ja? Ja. Nein! Geh weg da, weg da, weg da, weg da! Ich war in einer Mention, alles gut. Deaktivieren stand da, nicht zerstören. Ist dasselbe. Wo ist die zweite? Was für ne zweite? Bei mir steht hier, aktivieren sie die zweite. Oh. Ja. In einer Minute, in einer Minute. Ja, geil, dann ab ins Boot! Los geht's. Bist du bei mir? Warte, ich komme, komme. Hopp, 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 hopp. Voll, da war aber noch ein Punkt, der hat uns gesammelt. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Das hab ich noch nicht gesammelt da. Ja, dann kommen wir gleich wieder. Das ist ein Kertigkeitspunkt da. Los, Granatwerfer, deaktivieren. Oh, wir sind da. Zack, fertig. Raus hier. Hier kann man nicht klettern. Ist das die? Oh, 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 oh. Aha. Ich bin down. Ja, ich versuche. Das ist ja wie die Normandie. Du bist aber auch an der einzigen Stelle raus, wo man nicht klettern konnte. Ja, ich hätte noch weiter ranfahren sollen. Pass auf, jetzt müssen wir die ganze Mission nochmal machen. Ach, verdammt. Ich hatte jetzt gehofft, dann kommen wir noch hin. Ja, jetzt müssen wir bestimmt den Erster auch nochmal einnehmen. Ja, natürlich. Aber dann kann ich nochmal kurz die Fertigkeitspunkte sauen. Ja, der war ziemlich in der Mitte da. Du lädst noch, oder wie? Ja. Okay, dann hole ich die gleich mit dem Boot ab. Du machst schon, ja? Achso, scheiße. Ja, wir sind jetzt gerade bei dem Dorf gespawnt, wo wir gerade gestorben sind. Na, Idiot. Ich dachte, das wären Zivilisten. Tja. Hast du Glück, dass ich gleich da bin? Da vor mir liegt noch einer. Hier steht noch einer. Ich glaube hier... Das ist nicht der einzige, aber ich komme nochmal schnell zu dir. Oh. Scharfschütze. Oh, jetzt heil dich mal schnell. Heilen, heilen, heilen. Ich brauche meinen Scharfschützen. Das ist verdammt. Dankeschön. Jetzt erstmal wieder rüber, oder was? Ja, jetzt erstmal wieder rüber. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Ja, du kannst... Ach nee, ich will ja noch den Fertigkeitspunkt. Na, kann man. Ja, muss ich den auch nochmal sammeln? Weiß ich nicht. Wird er den noch angetan? Ah. Na, fickt der Scheiße. Mit dem Deaktivieren warten wir nochmal. Ja. Dass wir hier alles sauber haben. Wieso geht das Ding nicht kaputt? Jetzt aber, oder? Jo. Ich muss mal kurz in Deckung gehen. Scharfschützer hat mich angekriegt. So. Haben wir jetzt alles hier? Ja. Willst du schon mal ins Boot steigen? Oder soll ich... Ich gehe jetzt schon mal ins Boot und du deaktivierst. Okay. Hopp, 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 hopp. Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Ist deaktiviert. Ich bin da. Go, go. Das Boot fährt nicht mehr. Nein, Alter. Zur Hölle. Ja, alles klar. Warte. Musst du dir das anschieben. So ein Scheiß. Drucker passt in der Fabrik. So ist es da. War gar nicht schlecht gefahren. Das Abschalten des Kartellfunks macht den Rebellen Mut. Hey, wie sind wir ja gestartet? Darum sind das gerade keine Feinde. So. Wie sieht's aus? Wollen wir dann mal... Ja, äh, Break machen. Genau. Das war's hier erstmal. Den Typen haben wir mal in den Arsch getreten. Äh, Montrose und mein Kanal abonnieren. Das ist eure Aufgabe. Liken, Kommentare hinterlassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Wiedersehen.